Hallo und herzlich willkommen bei eurem Packstrainer und heute mit dem nagelneuen Road to Brasil 2014 Starter Pack hier das werde ich jetzt öffnen das Spielfeld einmal und die Spielregeln so dann habe ich hier noch eine limitierte Karte ein Aimer und zwei Booster Packs die werde ich jetzt öffnen fange ich mal an mit dem ersten habe ich Gary Cahill von England William Chris Dänemark Jonas Olsen Schweden Arjen Robben Niederlande Nikita Jilavic Kroatien und Rising Star Robby Brady von Irland so das zweite Pack habe ich Toni Kroos Deutschland Arruca Brasilien Cesc Fabrega Spanien Bufong Italien Rasmus Elm Schweden und Starspieler Cristiano Ronaldo ja das war es halt wieder von mir und in der nächsten Zeit kommt auch ein Blister von den WM Karten ja abonnieren und like nicht vergessen und bis zum nächsten Mal Ciao euer Packswader einfach links oben auf den Button klicken und meinen Kanal abonnieren wenn ihr zu meinem Kanal wollt einfach in die Mitte klicken wenn ihr rechts oben auf den Button klickt gelangt ihr sofort zu meinem letzten Video